Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, heute mit einem neuen Video hier auf unserem Kanal bei YouEncrypto mit mir Paul. Heute schauen wir uns aus gegebenem Anlass mal ein Thema an, was euch sicherlich in Zukunft das ein oder andere Mal helfen kann, nämlich die Interaktion mit einem Smart Contract direkt. Ich verrate aber wie immer noch nicht zu viel, los geht es nach dem Intro. Willkommen zurück liebe Freunde und wir befinden uns hier im BNB Smart Chain Explorer, das heißt das hier ist im Endeffekt der Windows Explorer der Binance Smart Chain, das heißt hier könnt ihr euch Wallets anschauen, hier könnt ihr euch Smart Contracts anschauen und könnt also auch Transaktionen tracken. Worum es heute aber hier gehen soll, habe ich ja zu Beginn schon gesagt, wir möchten uns anschauen wie die Interaktion mit einem Smart Contract direkt funktioniert. Wir kennen es aus gegebenem Anlass, beispielsweise aus dem Projekt Lucky Clover BNB. Die UI hat sich verabschiedet, beziehungsweise die Entwickler haben das Web Interface oder das User Interface offline genommen, das heißt es gibt also keinen direkten Zugriff mehr auf die DAP, aber dadurch, dass wir uns hier in der dezentralisierten Finanzwelt bewegen, haben wir natürlich die Möglichkeit hier über den BSC Scan, also über den BNB Smart Chain Explorer, direkt mit dem Kontrakt zu interagieren und darum soll es heute auch gehen, denn dieser Notfall kann immer mal wieder eintreten, das muss ja gar nicht unbedingt sein, dass ein Projekt bewusst die Webseite down nimmt, sondern es kann ja auch durchaus immer mal sein, dass es irgendwelche Probleme mit dem Provider gibt oder mit dem Hosting oder was auch immer und dementsprechend gehen wir jetzt hier einfach mal mit dem Beispiel Lucky Clover BNB darauf ein, wie eine Interaktion mit dem Smart Contract direkt funktioniert. Zunächst einmal brauchen wir natürlich den Contract selber, beziehungsweise die Contract Adresse. Hier muss man ein bisschen erfinderisch sein, wenn alles weg ist, in diesem Fall ist der Telegram gelöscht worden, wir haben auch keine Webseite mehr, auf die wir zugreifen können, aber wir haben andere Möglichkeiten, zum Beispiel könnten wir über den Audit von The Stamp, der gemacht worden ist, den Kontrakt suchen, wir haben auch die Möglichkeit hier über DAP Radar gegebenenfalls zu suchen, sofern die entsprechende DAP dort gelistet ist. Bei Moonark wäre auch eine Möglichkeit, hier ist es jetzt allerdings in diesem Falle nicht gelistet. In diesem Falle nehmen wir uns jetzt aber einfach mal den Stamp Audit und gehen hier auf Contract und werden dann automatisch auf BSC Scan weitergeleitet, sind dann hier im Contract von Lucky Clover BNB und sehen also zum einen jetzt auf der ersten Seite hier die Transaktionen, die stattgefunden haben, was uns aber interessiert ist der Kontrakt selber. Wir klicken also hier auf Contract und haben dann hier verschiedene Möglichkeiten mit Code, wo ihr euch den Contract als solchen anschauen könnt, also den geschriebenen Code, das ist jetzt aber sehr, sehr speziell bzw. sehr, sehr technisch, das wollen wir jetzt in diesem Falle nicht machen. Wir möchten mit dem Contract interagieren. Dafür gehen wir hier oben auf Write Contract, dann habt ihr die Möglichkeit, euer Wallet hier über Connect to Web3 zu verbinden, das heißt, wir nehmen unser MetaMask Wallet, hier kriegt ihr dann nochmal einen Hinweis, dass dieses nur eine Beta-Version ist und dass es zu Fehlern kommen kann, aber in der Regel funktioniert das alles wunderbar. Ihr seht, wir sind jetzt mit unserem Wallet verbunden und hier habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Contract zu interagieren, also im Contract zu schreiben sozusagen, deswegen auch Write Contract. Ihr könntet hier, was wir natürlich in diesem Falle auf gar keinen Fall machen, Buy X als Funktion aufrufen. Das würde bedeuten, ihr investiert in das Projekt, wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht, sondern wir würden jetzt in diesem Falle entweder HatchX, das wäre jetzt hier der Compound, oder SellX, das wäre der Withdraw sozusagen, einfach hier, wenn ihr mit eurem Wallet verbunden seid, auf Write und dann sollte dementsprechend das, was an Rewards gesammelt worden ist, in eurem Wallet landen. Warum das jetzt mit SellX oder eben halt HatchX benannt wird, das sind einfach alte Bezeichnungen, die irgendwann mal im Grundkontrakt, und das hier ist ja auch wieder nur ein Fork, hinterlegt worden sind und dementsprechend heißt es halt hier Kaufe-Eier oder Verkaufe-Eier. Das war es an dieser Stelle auch schon, so einfach kann es sein. Wie gesagt, Lucky Clover B&B ist ein Beispiel, was uns jetzt dazu zwingen würde, diese Möglichkeit zu ziehen. Wir sind hier selber nicht investiert, aber ich wollte es euch einfach an dem Beispiel zeigen. Noch ein Hinweis, Lion Capital war auch ein Projekt, was vor kurzem aufgekommen ist. Ich glaube, der Launch war gerade mal vor 5, 6 Tagen. Hier mittlerweile auch der Stecker gezogen, knapp 200 B&B. Dafür ist nämlich BSC-Scan auch sehr interessant. Ihr seht also hier, der Kontrakt hat noch eine Balance von 203 B&B. Was ist hier gemacht worden? Es gab ein kleines Hintertürchen im Contract. Was heißt klein, es ist sogar sehr groß. Es wurden einfach die Withdrawal Fees, also die Auszahlungsgebühren, von den ursprünglichen 3% auf 100% angehoben. Das heißt, jede Auszahlung, die jetzt hier getriggert wird, landet automatisch im DevWallet. Hier also mal wieder ein Beispiel für ein Team, was der Meinung war, sie müssen sich lieber mit dem Geld ihrer Investoren aus dem Staub machen. Liebe Freunde, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video kann euch in Zukunft weiterhelfen. Würde mich über einen Kommentar freuen. Lasst uns gerne auch einen Like da und abonniert den Kanal. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.